Hallo, ich bin der Easy Bär. Vielleicht kennst du mich ja schon. Heute will ich dir die schlauen Systemlösungen von Easy Energy für Strom und Wärme vorstellen. Das sind meine Freundinnen, die fleißigen Bienen voller Energie. Hier kommt die fröhliche Sonnenbiene. Sie macht viel sauberen Strom aus der Sonne. Ohne sie und ihresgleichen gibt es kein Leben, ohne die Sonne keinen Strom und keine Wärme. Das ist die summende Thermiebiene. Sie sorgt für Wärme aus der Kraft der Natur. Nachhaltig und behaglich. Die unermüdliche Sammelbiene legt ständig einen Vorrat an sauberem Strom an. Für die Zeiten, in denen es wenig gibt. Die fleißigen Energiebienen. Jede einzelne unverzichtbar. Als Team unschlagbar.